Ist Trading oder eine Buy and Hold Strategie auf lange Sicht besser? Diese Frage stellen sich viele Anleger. Die meisten würden vermutlich direkt sagen, dass langfristig gesehen die Buy and Hold Strategie die Trading Performance schlagen wird, weil ja die Aktienmärkte sich langfristig immer nach oben bewegen. Aber ist das auch wirklich so? In diesem Video werde ich beide Herangehensweisen mal vergleichen. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleib unbedingt dran. Viel Spaß beim Anschauen des Videos. Die meisten Anleger schwören auf die Buy and Hold Strategie. Warum sollte man daran Zweifel haben? Denn einer der reichsten Menschen der Welt, und zwar Warren Buffett, ist doch genau so reich geworden. Dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Diese Geschichte handelt von Klaus. Klaus war immer schon ein großer Fan davon, Aktien langfristig zu kaufen und zu halten. Er hat sich mit der Strategie von Warren Buffett beschäftigt und auch in vielen Artikeln, die er gelesen hatte, wurde er darin bestätigt, dass diese Vorgehensweise für ihn die einzige richtige darstellt. Er muss nur die richtigen Aktien kaufen und lang genug im Markt bleiben. Dann wird er eine bessere Performance erzielen, als wenn er mit dem Trading beginnen würde. Hin und her macht Taschen leer. Diesen Spruch hat er in den Medien schon oft gehört. Dann muss ja da auch was dran sein. Mit den Jahren fing Klaus an, sich gute Aktien herauszusuchen und investierte von Zeit zu Zeit in diese Titel. Auch einen festen Fondsparplan und einen ETF-Sparplan hat er sich eingerichtet. Mit dieser Vorgehensweise fühlte er sich wohl und konnte somit auch ruhig schlafen. Das Geld soll für seine Rente sein. Und er hat ja noch ca. 20 Jahre Zeit. Doch dann kommt das Jahr 2007. Die Kurse beginnen anzufallen. Für Klaus kein Problem. Er hat nur etwas Geld in der Hinterhand. Und hat nur darauf gewartet nachzukaufen. Der Markt ist nun einige Wochen nach unten gerauscht. Über 20% haben die Indizes bereits verloren. Seine Aktienpositionen sind alle im Verlust. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt nachzukaufen, denkt sich Klaus. Er geht jetzt mit seinem ersparten Geld in den Markt und verbilligt seinen Einstiegskurs bei seinen Aktienpositionen. Klaus hat dabei ein gutes Gefühl, weil langfristig wird sowieso wieder alle steigen. Und viel tiefer können die Kurse ja kaum noch fallen, denkt er sich. Als der Aktienmarkt weitere 10% abrutscht, verfällt Klaus nicht in Panik. Okay, er hat beim Nachkaufen nicht das Tief erwischt. Aber das ist sowieso auch schwer, denkt er sich, und kaum möglich. Nach weiteren Wochen geprägt von weiter fallenden Notierungen bekommt Klaus ein mulmiges Gefühl. Aber er ist sich sicher, dass der Markt bald drehen wird. Er ist ja schon 30% gefallen. Das Tief kann nicht mehr weit sein. Und außerdem hat er noch seine Sparpläne, wo er jeden Monat Beleger nachkauft. Der Aktienmarkt ist nun ein Jahr lang gefallen. Endlich kommt die Erholung. Es ging länger wie gedacht, aber endlich steigen die Märkte wieder an. Doch plötzlich beschleunigt sich der Abwärtsdruck. Es werden neue Tiefs gemacht. Klaus hat jetzt kein gutes Gefühl mehr. Die meisten seiner Aktien sind über 40% im Verlust. Auch seine Sparpläne haben enorme Verluste erlitten. Was soll er machen? Alles verkaufen oder dabei bleiben? Klaus besinnt sich seiner Anlagestrategie und entscheidet sich dabei zu bleiben. Denn langfristig muss der Aktienmarkt wieder ansteigen. Er beschließt sogar noch ein wenig nachzukaufen. Nur ein paar Tage nach seinem Kauf fällt der Aktienmarkt wie ein Stein. Klaus liest in den Medien, dass Aktien bald nichts mehr wert sein werden. Und auch er bekommt Angst um sein Erspartes. Er entschließt sich nicht zu verkaufen und weiterzuhalten. Auch wenn er dabei schon ein sehr schlechtes Gefühl hat. Es vergehen weitere drei Monate, in denen Klaus zusehen muss, wie seine Aktien weiter fallen. Jede Woche sehen die Aktienmärkte neue Tiefs. Klaus ist deprimiert und frustriert. Er ist der Meinung, dass der Aktienmarkt einfach nicht das richtige Fien ist. Und bevor er sein komplettes Geld verliert, beschließt er, nachdem der Aktienmarkt fast 60% an Wert verloren hat, seine kompletten Aktien und den Fonds sowie den ETF-Sparplan zu verkaufen. Einige Wochen später muss Klaus frustriert zusehen, wie sich die Märkte wieder berappeln. Leider hat Klaus nah am Tief alles verkauft. Viele Jahre lang schaut Klaus zu, wie der Aktienmarkt steigt und steigt. Nun beschließt er wieder einzusteigen. Aber diesmal soll alles besser werden. Diese Geschichte ist vielleicht ein wenig überspitzt erzählt. Aber ich glaube, dass der eine oder andere sich da wiedererkennt. In dieser Grafik sieht man ganz deutlich, wie sich viele Anleger, aber auch Trader verhalten. Es wird viel nach Bauchgefühl gehandelt und Emotionen bestimmen das Handeln. Ich glaube, dass gerade in den letzten zwei Jahren viele Anleger diese Fehler gemacht haben und sie vielleicht auch immer wieder noch machen. Aber das muss nicht sein. Der große Vorteil des Tradings ist, dass man sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Geld verdienen kann. Ich möchte nicht sagen, dass Trading leicht ist und dass es jeder schaffen kann, damit Geld zu verdienen. Aber unmöglich ist es nicht. Trading muss nicht zwangsläufig heißen, dass man wie im Scalping 100 Trades oder mehr an einem Tag macht. Trading bedeutet auch lange Trendphasen, die über Monate oder Jahre gehen, zu handeln. Erfahrene Trader wissen, dass sich die Märkte immer in Zyklen bewegen. Ich selbst handle auch Trendstrategien, die mir genau ansagen, wann ich long im Markt sein muss, wann short und wann ich mich vom Markt fernhalten sollte. Mit solchen Strategien verfolge ich nicht das Ziel, die Tiefs oder die Hochs zu erwischen. Ich versuche mir in den Bewegungen dazwischen, wenn der Markt in Trends ist, ein Stück vom Kuchen herauszuschneiden. Meine Ein- und Ausstiege basieren auf klaren Regeln und nicht auf Bauchgefühl oder Emotionen. Diese Art des Tradings kann man auch bequem neben dem Hauptberuf betreiben. Es reicht ein Blick am Abend auf den Chart, um sagen zu können, was zu tun ist. Ich muss aber ganz klar sagen, dass das Trading nicht für jeden das Richtige ist. Menschen, die wenig oder keine Disziplin haben, tun sich beim Trading fahrungsgemäß sehr schwer. Trading ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten und man sollte feste Handelsregeln haben. Wer sich dann nicht an seine Handelsregeln halten kann, der hat im Trading nichts verloren. Für solche Menschen ist eine Buy-and-Hold-Strategie sinnvoller. Der Trader muss nach einer kurzen Analyse des Marktes dann auch eine Entscheidung treffen und handeln. Damit haben viele Langzeitinvestoren ein Problem. Das ist auch nichts Schlimmes, solange man in der Lage ist, Crashphasen und lang anhaltende fallende Märkte auszuhalten. Wer dazu in der Lage ist, der fährt mit der Buy-and-Hold-Strategie nicht schlecht. Vorausgesetzt, er setzt auf die richtigen Aktien oder auf einen breit aufgestellten ETF, der den Gesamtmarkt abdeckt. Letztenendlich muss jeder für sich selbst herausfinden, was ihm mehr liegt. Möchte man in den Markt eingreifen oder schaut man das Börsengeschehen von der Seitenlinie an? Generell ist gegen Buy-and-Hold nichts zu sagen. Allerdings sollte man meiner Meinung nach auch da mal ab und zu Gewinne mitnehmen, wenn der Markt zu heiß gelaufen ist. Das kann man zum Beispiel durch Teilverkäufe machen. Sollte dann der Markt noch weiterlaufen, dann ist man immer noch dabei, aber mit einer kleineren Position. Aber wenn die Märkte fallen, dann hat man viel weniger Risiko und die Chancen nochmals günstiger nachzukaufen. Was ist eurer Meinung nach besser? Buy-and-Hold oder das Trading? Schreibt eure Meinung doch in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Anschauen des Videos. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Musik Musik Vielen Dank.